Moin Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgefahren nicht der Weisheit letzter Schluss. Die 22. Kilo Open Source und Linux Tage sind jetzt vorbei, also jedenfalls wenn ihr dieses Video jetzt sehen könnt. Und ich habe so einen Rätselbereich entwickelt und viele von den Dingen, die dort zu sehen sind, also gerade was jetzt hier Grafiken und Bilder angeht, habe ich mit KI-Tools gemacht. Und jetzt zeige ich euch mal so ein bisschen, mit welchen einzelnen Programmen ich da was gemacht habe, wie quasi so die Verarbeitungskette ist von dem einen zum nächsten und so weiter bis zum fertigen Ergebnis. Erstmal zu dem Szenario, sowas muss natürlich, wenn man so einen Exit Room, so einen Escape Room macht, muss ja irgendwie so eine Rahmengeschichte haben und dann habe ich so ein bisschen rumgesponnen. Also so ein fiktives Jahr 1924, was sich nicht so an das wirkliche Jahr 1924 hält, sondern es haben sich so ein paar kleine Änderungen im Zeitgeschehen ergeben. In der Hauptstadt Kiel findet am 20.09.1924 die erste Weltrobotermesse statt, die auf Initiative des Deutschen Vereins für Robotik und Automation organisiert wird. Über 200 Aussteller und geniale Tüftler aus aller Welt präsentieren ihre neuesten Kreationen und versetzen das Publikum in Staunen. Prof. Dr. Mechatron lobt einen Preis für findige Forscher aus. Ich bin bereit, einen Preis von 1000 Reichsmark für denjenigen zu spenden, der in den nächsten zwei Jahren bedeutende Fortschritte in der Erforschung neuer Robotertechnologien erzielen kann. Um meine kostbare Zeit nicht mit unfähigen Kandidaten verschwenden zu müssen, habe ich mir eine Reihe von Rätseln ausgedacht. Ja, also so ein Szenario für so ein Rätsel-Exit-Escape-Room braucht ja immer irgendwie so eine Aufforderung, warum es überhaupt diese Rätsel gibt. Und das ist in diesem Fall das hier. Eins von diesen Ergebnissen, die da so rausgekommen sind, ist diese Kieler Messezeitung, wo das nochmal ein bisschen genauer drinsteht, worum es da so geht. So ein bisschen so reinfühlen in diese fiktive Zeitlinie. Aber nicht nur diese eine Zeitungsseite ist dabei herausgekommen, sondern noch alles mögliche weitere. Und ich habe überwiegend mit Stable Diffusion, mit zwei verschiedenen Netzen dort gearbeitet. Natürlich mit Prompts, also indem ich diesem Netz sage, was ich gerne sehen möchte. Und auch mit Loras, das sind solche Erweiterungen, damit spezielle Objekte besser darstellbar sind oder spezielle Bildstile besser raushebbar sind als mit dem Basismodell. Dabei habe ich dann auch versucht, damit das alles möglichst konsistent in diese Zeit reinpasst, in diese fiktive Zeitlinie. Die macht natürlich Anleihen an die echte Zeit, so ein bisschen jedenfalls. Aber natürlich ist es vollkommen fiktiv. Dabei sind noch ein paar mehr Sachen rausgekommen. Also diese Kieler Messezeitung, die gibt es. Dann habe ich dreimal so ein Cover gemacht für das Magazin der Zukunft der Technik. Also wie man oben sehen kann, wo man anfängt. Das kann auch heißen, der Technik der Zukunft. Ja, genau. Also das ist so eine Kombination aus Dingen, die ich mir selbst ausgedacht habe. Mit Inkscape habe ich da nachher montiert und so weiter und so fort. Und dann gibt es natürlich auch noch Deko-Gegenstände, die es vor Ort gegeben hat. Vergangenheit, also für mich in der Zukunft, für euch Vergangenheit, wenn ihr es guckt. Zum Beispiel zwei Bilderrahmen, die natürlich mit passenden Bildern bestückt werden mussten. Dann habe ich mir überlegt, naja, es wäre auch schön, wenn man so einen Ausblick hätte, aus einem Fenster in diese fiktive Stadt Kiel, die es damals gegeben hat, die ein bisschen anders aussieht und so weiter. Also gibt es denn einzelne Fensterstückchen mit einem Rahmen dazu, sodass man es ausdruckend an die Wand kleben kann. Dann braucht man natürlich auch noch Rätselkarten, wo die einzelnen Rätsel drauf sind, beziehungsweise Hinweise auf die Rätsel, falls man noch zusätzliches Material dafür braucht, für das jeweilige Rätsel. Dann natürlich braucht man noch so einen Lösungsbogen, wo man seine eigenen Lösungen einträgt, damit man das Ganze hinterher auch abgeben kann, in diese Rätsellösungskiste. Und Roboter-Namen sind die Lösungen für die einzelnen Rätsel. Ja, und vieles, vieles noch mehr, woran ich jetzt gerade nicht mehr gedacht habe. Das hier ist jetzt meine Zutatenliste, beziehungsweise die Programme oder zusätzliche Daten, die ich dafür verwendet habe, um Dinge machen zu können. Ich habe einen Kobold-CPP, damit kann ich lokal Sprachgenerierungsmodelle, also KI-Sprachmodelle ausführen. Und da habe ich jetzt hier dieses Meta-Lama in der Version so verwendet. Damit das in meine Grafikkarte reinpasst, ist das auf 5-Bit quantisiert. Also das arbeitet ungenauer als das Originalmodell, lässt sich aber immerhin innerhalb der Grafikkarte noch komplett ausführen, sodass es nicht ausgelagert werden muss. Von daher ist es dann deutlich schneller, wenn es reinpasst. Der Nachteil dabei ist, dass es ungenauer arbeitet und nicht mehr so exakte Sprache verwendet, nicht mehr so exakte Satzkonstruktionen verwendet und teilweise natürlich auch halluziniert, wahrscheinlich deutlich mehr halluziniert als das Originalmodell, was in diesem Fall aber überhaupt kein Nachteil ist, denn gerade das mache ich mir zunutze, um meine eigenen Texte daraus zu basteln. Das Ganze benutze ich eher so als Ideengenerationsmaschine, die mir Textbausteine vorgibt, wo ich denn so einzelne Stichworte rausnehme, die ich sehr interessant finde und daraus meinen eigenen Text baue. Dafür finde ich es durchaus praktisch. Also ich habe die Texte, die rausgefallen sind, entweder sehr stark bearbeitet oder wirklich gar nicht verwendet und mir mein eigenes Zeug zusammengeschrieben. Dann für die Ausführung der Bildgenerationsmodelle Stability Fusion Web UI, habe ich schon mal gezeigt, genauso wie auch Kobold CPP. Und da verwende ich überwiegend für die ganzen Bilder dieses Modell hier und mein Better Than Words, was ich auch immer wieder gerne verwendet, habe ich auch eher selten verwendet, genauso wie dieses hier. Eher selten. Hinter diesen einzelnen blauen Punkten, dort verbergen sich die Links zu den einzelnen Seiten, wo ihr die Dinge auch runterladen könnt. Und die Folien, die ich zeige, sind wiederum unten in der Videobeschreibung verlinkt. Also guckt euch das gerne an, probiert da auch gerne mal mit rum. Dann habe ich hier auch noch die Loras mit dazu, die spezielle Details erfinden sollen, also damit da mehr Details im Bild drin sind. Und dann habe ich hier noch so zwei zusätzliche Loras, die das so ein bisschen auf altertümlich trimmen sollen. Das funktioniert mehr oder weniger gut. Bei der ganzen Bildgenerierei ist es meistens so, dass da auch Bildelemente drin sind, die ich nicht unbedingt haben möchte. Und die möchte ich dann wieder rausnehmen. Und das funktioniert über IO-Paint. Da markiere ich Bereiche und dann generiert diese KI an die Stelle was anderes hin, wo dieses Element hoffentlich nicht so drin ist. Das klappt relativ gut. Das habe ich auch schon mal im Video gezeigt. Ja, also damit kann man nachträglich Bilder nochmal nachbearbeiten, die so eine KI ausgespuckt hat. Dann habe ich Chainer verwendet. Das ist so ein Framework für weitere Modelle, für Grafikmodelle, womit ich alles Mögliche machen kann. Ich kann dort so eine Kette an verschiedenen Filteroperationen hintereinander packen. Das erste ist dann vielleicht, lade mir ein Bild. Das zweite ist, lade mir ein Modell. Dann gibt das so einen Filter, wo das zusammengeführt wird. Und wo denn zum Beispiel ein Modell geladen wird, was das Ganze hochskaliert, so dass ich das Ursprungsbild vielleicht in vierfacher Auflösung habe. Dort habe ich denn dieses Modell hier verwendet. Das funktioniert relativ gut, sagen wir es mal so. Die ganzen Bildbestandteile für die Zeitungen und die Zeitschriften habe ich dann mit Inkscape gemacht. Und dafür braucht man natürlich auch noch ein paar Fonts für, die auch irgendwie passen. Ich habe einmal hier zwei verschiedene Frakturschriftarten verwendet. Und dann habe ich auch noch Varieté, so eine Art Dekoschrift mitverwendet. Je nachdem, nach dem Anwendungsfall, den ich dort hatte. In Gimp habe ich die Bilder, die aus der KI rausgekommen sind, dann auch noch ein bisschen nachbearbeitet, so dass es vielleicht aussieht wie so ein Zeitungsdruck oder so ein bisschen körniger wird, wie so ein bisschen altes Foto. Die einzelnen Punkte gucken wir uns noch mal mehr oder weniger genauer an, wie das Ganze funktioniert. Fangen wir erst mal an mit Kobold CPP. Ich habe das Ganze schon mal so ein bisschen vorgestellt. Am Ende gibt es noch mal so eine Liste mit verschiedenen Videos und Links, die ich für euch da zusammengesammelt habe, so dass ihr die einzelnen Punkte noch mal ein bisschen vertiefen könnt. Letztendlich ist Kobold CPP ein Programm, mit dem ihr Modelle zur Textgeneration lokal ausführt. Und ich mache mir da diese normalerweise unerwünschten Halluzinationen zunutze, um daraus interessante Dinge generiert zu bekommen, aus denen ich dann irgendwie was weiter stricken kann. Damit das Ganze jedenfalls bei mir ganz gut funktioniert, mache ich das so. So starte ich das Ganze. Ich habe bei mir CUDA, also eine Nvidia Grafikkarte dabei. Ich möchte Smart Context haben, damit die Generierung ein bisschen schneller läuft, dass schon bereits generierte Häppchen wiederverwendet werden können. Bei GPU Layers kann ich sagen, wie viel von diesem Modell, was so in Schichten aufgebaut ist, auf die Grafikkarte draufgepackt werden soll. Ich sage hier jetzt pauschal 100, auch wenn dieses Modell vielleicht nicht 100 Schichten hat, damit wirklich alles draufkommt. Wenn das nicht passen sollte, dann sagt Kobold CPP, tut mir leid, das passt so nicht. Dann muss man diesen Wert Stück für Stück so weit runterdrehen, bis es auch wirklich reinpasst. Umso mehr Schichten von diesem Modell direkt in der Grafikkarte ausgeführt werden, desto schneller geht das Ganze. Also wenn ihr das ausprobieren möchtet, tastet euch wirklich so an den Maximalwert ran. Dann haben wir hier noch Context Size, damit das Gehirn, was sich Dinge aus vorherigen Gesprächen merkt, besonders groß ist, dass es nicht einfach vergisst, was man zwei Sätze vorher mal gefragt hat. Dann haben wir hier natürlich auch noch Modell, also die Modelldatei. Modelldatei ladet ihr runter, vielleicht könnt ihr auch eine größere Version nehmen, die nicht Q5 hat, sondern Q6 oder vielleicht noch was Besseres. Je nachdem muss aber in die Grafikkarte reinpassen. Gesteuert wird Kobold CPP über eine Web-Oberfläche und dort nehmt ihr erstmal Grundeinstellungen vor, denn dieses Einstellen von der Context Size reicht noch nicht aus. Damit ihr wirklich längere Texte bekommt, müsst ihr unter Settings auch noch Max-CTX-Tokens, also maximale Content-Tokens und Amount-to-Gen, also wie viel generiert werden soll, jeweils auf das Maximum hochdrehen. Kann natürlich auch wiederum sein, dass es nicht in eure Grafikkarte reinpasst, dann ein bisschen runterdrehen. Ich habe 8 GB Grafikspeicher auf der Karte und damit funktioniert das bei mir. Das läuft dann hinterher so ab, dass man unten in dieses Feld Enter-Text hier einen Prompt eingibt, sodass man dem Netz sagt, was man gerne haben möchte und dann auf Submit klicken. Wenn da ja schon was rausfällt, was irgendwie ganz interessant ist, kopieren und in eine Textdatei einfügen, damit es nicht weg ist, denn üblicherweise bei dem ersten Durchlauf ist da noch nicht genug bei, von daher auf New Session gehen und dann wiederum den Prompt eingeben und Submit und so weiter und so fort, bis man möglichst viele Texte hat, aus denen man irgendwie was Lustiges basteln kann, wo vielleicht ganz interessante Ideen bei sind, die man hinterher wirklich für was verwenden kann. Als kleines Beispiel, Ein- und Ausgabe, also bei Eingabe, da kommt dann das, was ich selbst geschrieben habe, schreibe eine Artikel über die erste Weltrobotermesse, ist sogar falsch geschrieben, die auf Initiative des Deutschen Vereins für Robotik und Automation in Kiel im Jahr 1925 organisiert wird. Verwende die Sprache der 1920er Jahre. Das ist so meine Eingabe, also mein Prompt dafür, von dem, was ich so gerne hätte. Was weniger gut funktioniert, ist das hier mit Sprache der 1920er Jahre. Also von daher habe ich, was da rausgekommen ist, so ein bisschen als Ideensammlung genommen und mir was Eigenes zusammengebastelt, wo ich meinte, das passt halt besser in diese Zeitlinie. Ja, also das wäre jetzt so der Anfang von so einem Artikel, der da rauskommt. Weltmeile der Roboter. Kiel, 15. März 1925. In wenigen Wochen findet in Kiel, dem Tor zur Ostsee, eine eigene Stadt, das die Wissenschaftswelt in Erstaunen versetzen wird. Die erste Weltrobotermesse. Unter der Schirmherrschaft des Deutschen Vereins für Robotik und Automation werden am 20. September 1925 in den Kieler Messehallen die Pioniere der Robotertechnologie aus aller Welt zusammenkommen. Die Idee eines Robotertages war bereits vor Jahren geboren worden. Doch hat die Organisation dieser Großveranstaltung mehr Zeit in Anspruch genommen als vor geplant? Man kennt es, besonders wenn es in Deutschland ist. Doch lassen wir zu Beginn den deutschen Wissenschaftler Dr. Fritz von Oppel, Sohn des berühmten Autopioniers, zu Worte kommen. Der einer der Hauptorganisatoren ist und hat es sich zur Aufgabe gemacht, die neuesten Entwicklungen in der Robotertechnologie zu präsentieren. Also, es ist irgendwie so ein bisschen kaputt hier. Egal, darum geht es auch nicht. Der Mensch wird nicht mehr allein an den Werkbänken arbeiten, sondern wird in Zukunft von intelligenten Robotern unterstützt. Insbesondere schwere und gefährliche körperliche Arbeit wird in Zukunft der Vergangenheit angehören. Und dieser Text, der bei diesem Durchlauf rausgekommen ist, ist noch ein bisschen länger und enthält viele interessante Dinge, die man so weiter verwursten kann. Eins der Bilder, die ich mit Stable Diffusion gemacht habe, ist diese Post-Sortiermaschine. Da hat es relativ viele Durchläufe gebraucht, bis da was Sinnvolles rausgekommen ist, was nicht komplett kaputt aussieht. Also, das ist eher ein schwieriges Motiv gewesen. Mit anderen Parametern, anderen Prompts, hätte ich vielleicht auch schneller was Sinnvolles kriegen können, aber ich habe es einfach mal laufen lassen und irgendwann war ich damit zufrieden. Bei dieser Bildgenerierung verwende ich das Modell hier, also das Hauptmodell, was ich immer wieder gern hier verwendet habe. Und ich habe hinzugefügt diese LORAS, diese Erweiterungen für spezielle Bilddetails, zum Beispiel dieses Add Detail XL und dieses Ars MJ Style Vintage Future Gedöns, habe ich auch noch mit dazu geschmissen, und dieses Vintage Style XL aus den 1930er Jahren. Das kommt alles noch mal mit dazu, um diesen Stil anzupassen. Da sind denn einzelne Parameter bei. In dem Prompt steht denn sowas drin, hier wie Masterpiece, Best Quality, Color Magazine, Photo from 1930s und so weiter. Und dann haben wir hier das, was eigentlich wirklich drauf sein soll. Ein Roboter sortiert Post- und Briefumschläge in den 1930er Jahren. Das Ganze ist in einem Postamt und das soll im Art-Deko-inspirierten Stil sein und innerhalb von einer Messehalle in Berlin stattfinden. Ja, da steht noch Berlin drin. Das war so die ursprüngliche Idee. Lassen wir sowas in Berlin stattfinden und dann irgendwie, hm, wir sind ja gar nicht in Berlin. Wir sind ja in Kiel. Also bauen wir das mal um. Aber wer weiß, wie diese Messehalle in Kiel ausgesehen hätte, wenn es die gegeben hätte. Also der erste Punkt hier ist dieser Prompt mit der Bildbeschreibung und den zusätzlichen LORAS, den man einbetten möchte. Und dann kommt hier noch ein weiterer Block mit den einzelnen Informationen, wie es genau generiert werden soll, wie viele Iterationen gemacht werden sollen, um dieses Bild aus Rauschen aufzubauen. Also als Grundlage wird einfach Rauschen genommen und dann wird in jedem Iterationsschritt das Bildmotiv verfeinert. Dann gibt das noch Sampler, also so Algorithmen, die das hervorarbeiten und das ist jetzt auch irgendwie so ein Dingsbums. Und CFG, also über diese Parameter kann man das nochmal einstellen. Ich spiele da mehr oder weniger ein bisschen mit rum, bis das irgendwann so rauskommt, wie ich es haben möchte. Dann haben wir auch noch hier Seed, den Wert, der vorgibt, wie dort gewürfelt wird, um diese Bildkomposition rauszukriegen. Denn alle Parameter, die hier drauf sind, die muss man exakt wiederum so verwenden, damit man dieses Bild rauskriegt. Wenn hier jetzt am Ende keine 45 stehen würde, sondern eine 46, würde es ein komplett anderes Bild geben. Dann haben wir hier noch Gesichtswiederherstellung, das ist noch so ein zusätzliches Netz, was drüberläuft, um kaputte Gesichter zu restaurieren. Klappt mehr oder weniger gut. Bei diesem Motiv braucht man es jetzt nicht, aber es ist trotzdem an. Die Generierungsgröße ist 1024 x 768. Das hat ganz gut reingepasst, denn umso mehr LORAS man hinzufügt, desto größer wird das Netz, was in die Grafikkarte muss. Und irgendwann sagt der Speicher halt, nö, hier ist voll, hier passt nichts mehr und dann geht gar nichts. Ja, und hier unten sind noch mal die LORAS aufgelistet, Hash-Werte dazu und so weiter und so fort. Theoretisch, wenn ihr alles habt, also diese LORAS runtergeladen habt, bei euch in Stable, die Fusion WebUI reingepackt hat, so dass ihr die auch kennt, und dieses Basisnetz hier drin habt, dann könnt ihr diesen Parameterblock hier nehmen, reinkopieren und solltet exakt dieses Bild dabei rausbekommen. Ein grundsätzliches Problem ist immer der Grafikspeicher, jedenfalls so in diesen Standard-Grafikkarten, die man jetzt so als Gamer kaufen kann, da ist der Grafikspeicher relativ stark limitiert. Also jetzt 8 GB in dieser Embedded-Karte, die ich habe im Notebook, ist schon dafür relativ viel, aber für Stable Diffusion wiederum relativ wenig, also muss man so ein bisschen tricksen. Meistens bekommt man Dinge zum Laufen, indem man eine geringere Auflösung rendern lässt, also hier zum Beispiel kommen erst mal bloß 512 Pixel in der Breite und 768 in der Höhe raus, ist jetzt nicht wirklich viel. Man kann allerdings auch sagen, man möchte das Ganze nochmal hochskalieren. Das geht dann nochmal um den Faktor 3 hoch, von daher habe ich dann hinterher ein relativ großes Bild. Der Vorteil an der Sache ist, dass ich weniger RAM dabei benötige, aber das ist dennoch relativ RAM-intensiv. Ich kann auch eine Skalierung extern machen, dann kann ich deutlich mehr skalieren, also da könnte ich dann vielleicht schon auf Faktor 10 oder so hoch gehen. Intern geht allerdings bloß Faktor 3, bis mir der Speicher ausgeht. Das interne Skalieren, also in der Stable Diffusion Web UI direkt zu skalieren, hat den Vorteil, dass das Bild insgesamt besser wird. Da scheinen noch Werte aus der ursprünglichen Generierung mit reinzufließen, so dass Details besser hervorgehoben werden und dass ich weniger Artefakte drin habe, als wenn ich jetzt so einen externen Skalierer wie den Chainer verwende, der über das Ursprungsbild eigentlich gar nichts weiß und dann sehr viel rumrät und dabei entstehen auch sehr viele Artefakte, die nicht wirklich schön sind. Also das hier ist so ein Parametersatz, womit das jetzt bei mir funktioniert hat. Da habe ich so eine Galerie von diesen Robotern gemacht. Die sind auf den Rätselkarten mit drauf, so dass man sehen kann, hier gibt es ein Rätsel und da stehen vielleicht noch weitere Informationen zum Rätsel mit drauf. Dafür habe ich die gemacht und darum wollte ich die auch in etwas höherer Auflösung haben. Weiterer Vorteil dabei ist, wenn man jetzt bei der Größe nicht über 1024 rausgeht, also die Modelle wurden mit Bildern mit 1024x1024 Pixeln trainiert bei Stable Diffusion XL und wenn man jetzt größere Auflösungen verwendet, zum Beispiel Full HD hat 1920x1080 Pixel, dann bekommt man mit einer höheren Wahrscheinlichkeit Artefakte, die nicht so schön sind. Wenn man jetzt aber in einer kleineren Auflösung erst mal durchrechnen lässt und dann hinterher skaliert, dann hat man mit Glück weniger oft diese Skalierungs-Artefakte oder irgendwie Artefakte da drin. Mit dem I.O.Pane kann ich Bildteile entfernen, wie zum Beispiel hier, da habe ich diese mitgenerierte Schrift von dem Schild entfernt und es sieht jetzt nicht schlecht aus, das ist irgendwie sehr konsistent, würde ich sagen, denn mit Schriften generieren, das ist immer ein Problem, da steht denn halt irgendwas drauf. Aber ich wollte sowieso das selbst beschriften, damit wir sowas rauskriegen, wie am Anfang. Da. Genau, also das ist nochmal ein Ausschnitt von dem. Das wollte ich haben. Die Schrift habe ich selbst draufgebracht. Also die ist nicht mitgeneriert. Dann links neben dem Arm, da ist noch so ein schwebendes Objekt, was ich auch mit I.O.Paint entfernt habe. Da ist jetzt so eine unscharfe Stelle. Aber wenn ich das Ganze jetzt nicht erwähnt hätte, wäre es euch wahrscheinlich überhaupt nicht aufgefallen. Und dieses Entfernen von Bildteilen, das habe ich an einigen Stellen halt gemacht. Ich habe auch mehrere Bilder für dieses Fenster generiert, also so Ausblicke aus einem Fenster auf diese fiktive Stadt Kiel 1924 in dem Universum. Und da habe ich auch so ein paar Dinge entfernt, sowas wie Autos, die, selbst weil man jetzt gutmütig sagen würde, naja gut, ist eine andere Zeitlinie, die ist irgendwie retrofuturistisch, aber die sahen trotzdem irgendwie kaputt aus. Die habe ich dann einfach mal damit entfernt, damit da keine Pixelunfälle durch die Gegend fahren. Bei den Netzen kann ich auch im Prompt angeben, was für eine Art Bildstil ich haben möchte. Ich kann dann sagen, ich möchte vielleicht einen Zeitungsdruck haben oder auch einen Kupferstich. Das habe ich an einer Stelle sogar mal ausprobiert. Ist durchaus interessant, was da rauskommt und sieht gar nicht schlecht aus. Bloß ich habe die Bilder erst mal relativ realistisch generieren lassen, um die hinterher künstlich für den Zweck anzupassen. Zum Beispiel Zeitungsdruck, damit ich diese Messezeitung machen kann. Hier steht sogar noch Berliner Messezeitung. Das ist meine Einstellung, die ich mir gespeichert habe. Da habe ich das Ursprungsbild genommen, habe erst mal das Bild in Graustufen umgewandelt unter Bildmodus Graustufen. Dann, damit das Ganze so aussieht, wie vielleicht mal Zeitungsdruck ausgesehen hat, braucht man so einen Zeitungsraster. Also das Bild wird noch mal schlechter. Da gibt es denn unter Filter, Verzerren, Zeitungsdruck. Und die Parameter seht ihr da im Bild, wie man das einstellt. Das waren jetzt die, die ich da mal so zurecht gepuzzelt habe und wo ich meine, naja, okay, das könnte schon so sein. Und am Schluss habe ich noch das so umgewandelt, dass weiß zu transparent wird, damit nämlich das Papier durchscheint. Wenn ich jetzt eine richtige Zeitung habe, hat das Papier ja schon eine Grundfärbung, also so einen Grauton, vielleicht mit so ein bisschen Holzfasern drin. Und das scheint natürlich durch das Motiv durch, wo jetzt nicht die Druckerfarbe ist. Also ich denke mal, schwarz, da sieht man nichts durch. Und die anderen Schattierungen würde man mehr oder weniger durchsehen. Also vielleicht so ein Gelb sieht man ein Teil durch, weil Gelb relativ durchlässig ist und so weiter. Also von daher nehme ich dann noch Weiß als Farbe und sage unter Farben, Farbe nach Alpha, das Weiß zu transparent wird. So bleibt schwarz, schwarz. Aber die anderen Farben werden dadurch transparenter, sodass man das Zeitungspapier, was ich auch generiert habe, mit Durchschein sieht. Das macht das Ganze so ein bisschen realistischer. Hier nochmal so ein Vorher-Nachher-Vergleich. Links ist das Bild, was da reingekommen ist. Das ist der Professor Dr. Mechatron. Und rechts so sieht er aus, wenn er denn in der Zeitung abgebildet wird. Wenn man jetzt so ein bisschen reingeht in dieses Bild, also wirklich reinzoomt, sodass man eine 1 zu 1 Vergrößerung hat, dann sieht man an einigen Stellen wirklich, dass das nicht so richtig echt wirkt. Also das passiert, wenn man sowas hochskaliert, dann sind die Barthaare vielleicht nicht mehr so, also dann kleben die so ein bisschen zusammen, sieht so ein bisschen aus wie so ein Wasserfall vielleicht. Und man sieht auch so ein paar Artefakte dabei, ist irgendwie so ein bisschen auffällig, wirkt nicht so realistisch, also wie die Haut so ist. Also das sieht so aus, als ob das Netzwerk dort versucht hat, Falten zu generieren, was ja auch nicht verkehrt ist. Aber das wirkt irgendwie unecht. Von daher habe ich dann geguckt, was ich dort machen kann. Der Trick dabei ist, wir verschlechtern das Bild einfach, was ja auch wiederum realistisch ist. Denn so ein Foto zu der Zeit hatte vielleicht eine gewisse Filmkörnung, sodass so Details auch in so eine Art Bildrauschen untergehen. Und dafür gibt es bei GIMP auch einen Filter, den ihr unter Filterrauschen at Film Grain anwenden könnt. Und dann haben wir einmal links die Variante, wo man die Artefakte sehr gut sehen kann. Und rechts die Variante, wo der Filter drüber gelaufen ist und wo viele Artefakte so ein bisschen in diesem Rauschen untergehen. Was aber doch irgendwie sehr natürlich wirkt für ein Foto von dieser Zeit. Am Ende meiner Bearbeitungskette steht dann Inkscape. In Inkscape habe ich diese ganzen Elemente, die ich generiert habe. Ob das jetzt die einzelnen Bilder, Grafiken sind, ob das jetzt das alte Papier ist, was im Hintergrund ist und wo die anderen Elemente obendrauf montiert werden. Also wie Schrift, Tabellen, weitere Bilder und so weiter und so fort. Dann kommt natürlich mein selbst verfasster Text mit dazu. Mit dem Textwerkzeug habe ich das da eingebaut. Und es gibt auch eine Möglichkeit, sodass man Spalten bauen kann, obwohl Inkscape ja kein DTP-Programm ist. Ja, und hinterher habe ich das Ganze als PDF exportiert, damit man es auch drucken kann. Denn diese ganzen Seiten, die ihr hier jetzt so gesehen habt, da gibt es auch noch ein paar mehr, die liegen in diesem Rätselbereich bei den Kilo Open Source und Linux Tagen rum. Beziehungsweise die haben natürlich rumgelegen, vor euch Vergangenheit. Und ja, da sind so Hinweise drauf. Also das hier ist so eine Hinweis-Rätsel-Hilfe. Das ist die Kinder-Zukunft-Seite, wo ein paar Dinge erklärt werden. Und dann gibt es natürlich noch diese anderen Texte, die dort rumliegen. Ein bisschen Einführung in die Zeit und so weiter. Ja, also das Zusammenbauen am Ende mit Inkscape. Dann noch ein paar mehr Informationen zu den einzelnen Punkten, die ich relativ schnell abgehandelt habe. Einmal Kobold CPP. Da habe ich schon zwei Videos zugemacht. Also guckt gerne die Folie nochmal selbst durch. Ist dort alles verlinkt. Und die Folien selbst sind verlinkt in der jeweiligen Videobeschreibung. Zur IO-Paint habe ich auch schon ein bisschen was gemacht. Da habe ich das vorgeführt, wie das Ganze funktioniert. Und zu Inkscape habe ich jetzt selbst nichts vorbereitet. Guckt da einfach mal bei den einzelnen Artikeln bei Vektorrascheln.de. Da ist eine Menge erklärt und auch für Einsteiger und so weiter. Das ist durchaus sehr hilfreich. Dann haben wir ja noch so einen kleinen Bonus-Teil zu den Bilddateien, die Stable Diffusion generiert. Habe ich das so eingestellt, dass es immer noch eine Textdatei, eine .txt-Datei gibt, wo diese ganzen Generationsparameter drin sind. Und ich wollte jetzt möglichst schnell rausfinden, welche Modelle ich dort verwendet habe. Das sind verschiedene Unterverzeichnisse, wo ein Haufen Textdateien drin sind. Da nehme ich denn hier grep zum Durchsuchen von den Verzeichnissen. Also Punkt aus dem aktuellen Verzeichnis. Und mit dem minus R sage ich, dass ich rekursiv in alle Unterverzeichnisse rein möchte. Und ich möchte Zeilen aus diesen Dateien aufgelistet haben, wo Model drin steht. Damit ich nicht sehen muss, dass irgendwelche Dateien nicht geöffnet werden können. Zum Beispiel diese ganzen PNG-Dateien. Da sagt denn grep jedes Mal, das ist aber eine Binärdatei. Das interessiert mich nicht. Das weiß ich selbst. Das möchte ich damit gerne unterdrücken, indem ich die Fehlerausgabe von grep einfach nach dev0 umleite und damit nichts sehen muss. Dann möchte ich nur noch Zeilen angezeigt bekommen, in denen Punkt txt vorkommt. Also wo wirklich Textdateien aufgelistet sind. Denn über das ursprüngliche grep hier werden sowohl der Dateinamen aufgelistet, als auch die Fundstelle, also die Zeile, wo Model drin steht. Und damit habe ich bloß noch die Zeilen, in denen das Model und txt drin steht. Über Set, den Streaming Editor, filtere ich diese Ausgabe weiter, indem ich jetzt die einzelnen Zeilen nochmal nachbearbeite. Ich suche nach Model, Doppelpunkt, Leerzeichen. Das möchte ich weghaben und auch alles, was dort vorsteht. Punkt Schrägstrich heißt, beliebiges Zeichen, beliebig oft. Und ich möchte das jeweils ersetzen durch das, was zwischen den beiden Schrägstrichen stehen würde. In diesem Fall halt nichts. Also alles, was davor steht, wird schon mal entsorgt, inklusive dem hier. Damit ist es dann noch nicht fertig. Möchte ich über das zweite S, wie Search, suchen, möchte ich denn nach Komma suchen und alles, was nach dem Komma kommt. Und das ist denn alles, was nach dem Namen des Models steht. Ja, und mit dem Minus E hier kann ich mehrere von diesen Suchen, Ersetzen, Operationen hintereinander fügen. Das ist wie so eine Bearbeitungskette. Also wird das hier gemacht und dann das hier. Und am Ende möchte ich diese Zeilen auch noch sortieren und mit dem Minus U sage ich Udique, also keine doppelten Zeilen und dann habe ich wirklich die Modelle, die dort drin vorkommen. Ja, das war's denn für dieses Mal. Mal wieder so ein KI-Video im Nachklang nach den Kilo Open Source und Linux Tagen an sehr konkreten Beispielen. Ich hoffe, ihr habt da was mitgenommen für euch. Vielleicht habt ihr jetzt auch Lust, damit mal ein bisschen rumzubasteln. Einfach mal gucken, was da rauskommt. Vielleicht mal ein paar lustige Texte generieren. Vielleicht selbst was draus machen und das Ganze mit ein paar Bildern garnieren. Ja, wer weiß, wofür man es braucht. Vielleicht möchtet ihr auch so einen Rätselbereich mal für irgendwas machen. Ansonsten natürlich macht es gerne nach. Lasst es bleiben. Aber natürlich hier abonnieren, Glocke drücken und bis dann. Und tschüss. Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020